Ich brauche Ampere. Du machst das Essen allein. Das ist ja... Denn Sie sind sehr so ein Mensch, der nicht das Mindeste davon besitzt, was die Geldmoralien hat. Jetzt haben Sie mich erkannt. Es ist nichts Ehles an Ihnen. Wie meinen Sie das? Die Haltung ist die Niederste, der ich begegnet bin. Das ist die Haltung, wie auch die primitivsten Tiere teils sind. Genauso gut deine Möbel sind.